Also ich versuche immer zu fokussieren und das ist Reduktion, weil ich glaube, dass so die Nachricht, die ich vermitteln will, am besten rüberkommt, am schnellsten wahrgenommen wird. Also ich sehe mich übrigens auch nicht als Lehrender, der lehrt und sagt, so geht es oder so geht es. Solche Professoren hatte ich, von denen habe ich aber nicht so viel gelernt, sondern ich habe von denen gelernt, die mir vielleicht mal eine Grenze aufgezeigt haben oder mich haben auch einfach experimentieren und ausprobieren lassen. Du warst gerade in Korea. Richtig. Was hast du in Korea gemacht? Ich war mit der Klasse, in der ich unterrichte in Korea, das sind 40 Studierende und sechs Lehrende. Das Ganze hat sich Studienreise genannt und wir haben uns viel angeschaut. Also von der größten koreanischen Werbeagentur bis über kleine typografische Designstudios bis hin zu Hyundai. Ich habe gelernt, wie man sie ausspricht, die Automarke. Ich hätte auch raten müssen. Da guckte man so ein bisschen in die Mobilität der Zukunft, das war spannend. Wir sind viel essen gegangen, viel gut essen gegangen und man hat so richtig gemerkt, wie von Tag zu Tag die Gemeinschaft gestärkt wird. Die war sowieso schon gut, aber durch solche Reisen wird das natürlich noch ein bisschen verstärkt. Du unterrichtest ja an der Angewandten in Wien. Richtig. Ich stelle dir die Frage, als wüsste ich es nicht, aber ich habe dich ja tatsächlich da das letzte Mal besucht, als ich in Wien war. Und du hast mir netterweise eine kleine Führung gegeben. Macht dir das jedes Jahr so eine große Reise mit… Alle vier Jahre. Alle vier Jahre. Immer mit einem Kurs. Nein, das ist dann die ganze Klasse. Das ist ja eine relativ kleine Klasse mit jedes Jahr ungefähr acht bis zehn Bewerber, Bewerberinnen. Und dadurch führt man… Und der Unterricht findet auch Klassen, also jahrgangsübergreifend statt. Und dadurch sind wir dann immer ungefähr 40 Leute, die mitreisen. Heißt das, alle, die irgendwann bei dir im Unterricht sind, kriegen so eine große Reise mit oder kann man irgendwie… Genau, genau. Deswegen ist es alle vier Jahre, damit alle mal in den Genuss kommen. Und das hat auch noch einen anderen Grund, also damit sie in den Genuss kommen, aber es hat auch den Grund, wir nehmen auch Aufträge von extern an. Und das wird natürlich verrechnet. Das kommt in eine sogenannte Klassenkasse. Und dieses Guthaben der Klassenkasse wird wirklich für solche Reisen verwendet. Das heißt, dass die Studierenden für sehr wenig Geld, glaube ich, so weiter Reisen mit uns machen können. Aber es ist nicht komplett abgedeckt durch die Aufträge. Ich meine, das wäre natürlich Luxus dann am Ende. Was für Aufträgen nehmt die an? Oh, alles Mögliche. Wir haben schon Tapeten für ein neues Hotel in Wien gestaltet. Manchmal sind es Erscheinungsbilder. Das heißt, von Logo bis über die ersten Anwendungen für ein kleines Unternehmen. Also es ist ganz breit gefächert. Also erfreulicherweise kommen viele Leute auf uns zu als Angewandte, beziehungsweise speziell dann auch zu unserer Klasse. Und das ist spannend für die Studierenden, weil sie mit Auftraggeber, Auftraggeberinnen kommunizieren müssen. Und das ist natürlich etwas anders, als wenn wir das in unserem geschützten Raum, nenne ich es mal, machen. Und das gibt nochmal eine andere Dynamik und auch vor allen Dingen andere Erfahrungen. Das ist ja auch eine Sache, die ich so Studiengängen per se immer etwas ankreide, dass das Praktische häufig ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ja. Aber ich meine, gut, eure Schule heißt auch Angewandte, also sollte das ja dann Nomen est Omen sein, hoffe ich, und entsprechend dann auch laufen. Wie viele von diesen Reisen hast du schon mitgemacht? Ich habe drei mitgemacht. Wir waren vor, ich bin schlecht mit Zahlen, vor elf Jahren in Tokio. Da war ich sehr starker Reiseführer, weil ich dort ja mal gelebt habe. Wir waren vor fünf Jahren ungefähr Mexiko City, also auch weit weg, in die andere Richtung ein bisschen. Und dieses Jahr war es toll. War Tokio auf deinem Mist gewachsen, weil du hast ja eine Geschichte. Ja, es gibt einen klassenleitenden Professor, den Herrn Spätgens, der mag Japan auch sehr. Ich mag Japan sowieso. Und wir haben das aber im lehrenden Team entschieden. Und so wurde es Tokio. Und das hatte für mich nur zur Folge, der dort mal gelebt hatte, dass ich natürlich den Reiseführer gemacht habe. Glücklicherweise hatten wir damals noch eine Studentin, die vorher Japanologie abgeschlossen hatte als Studium und dann bei uns angefangen hat, Grafikdesign und Werbung zu studieren. Die flüssig Japanisch spricht, also im Schlaf sicher spricht. Und wir beide haben da viel organisiert. Ich finde es mal interessant, dass es, also es ist irgendwie sehr speziell, diese Japan-Verbindung, die kriege ich immer wieder mit bei Grafikern und Grafikerinnen. Also da scheint schon was zu bestehen tatsächlich, aber so im Alltag, ich bin ja kaum konfrontiert mit dem Design, was du herkommst. Das ist ja teilweise auch sehr fremd, oder? Ja, ich finde, also man muss ja aufpassen, dass man nicht zu stark vereinfacht, aber für mich gibt es so zwei Kategorien. Aber ich bin so dumm, du musst vereinfachen. Nee, 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 ich bin genauso dumm und ich mag die Vereinfachung. Für mich gibt es so zwei Arten der Gestaltung dort. Das ist das Laute, Grelle, wenn man in der U-Bahn fährt, dann ist die Werbung total verrückt. Also aus unserer Sicht, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, also ich glaube, das ist so ein bisschen abgefahren. Und auch für uns im Humor nicht unbedingt nachvollziehbar, weil es oft ein leicht kindlicher Humor ist. Also das ist das eine Extrem. Und dann gibt es die ganz ästhetische, tolle Werbung, oft über Fotostile geprägt, oft über die Fotografie, die einfach reduziert, reduziert, reduziert und mit einer tollen Einfachheit und Reduktion daherkommt. So und dieser Spannungsbogen, der hat mich damals gereizt, weil wenn man Magazine blättert, Filme schaut, dann sieht man ja meistens beides. Vielleicht das Ästhetische gar nicht so sehr. Aber ich habe es gesehen und war fasziniert und wollte da unbedingt hin. Und sie sind auch extrem ästhetisch in der Architektur. Also wenn du in ein am Ende leicht gehobenes Restaurant gehst, dann spielen die mit Licht und Schatten. Das ist faszinierend. Also das sehe ich hier ganz selten. Hier meine ich jetzt meinetwegen in München oder auch in Wien. Ja, ich habe auch schon immer so eine Faszination gehabt für Asien insgesamt. Vielleicht einfach wegen der Fremde insgesamt, weil es eben wirklich sehr fremd ist, finde ich, in vielen Aspekten. Und dann glaube ich, dass, ich weiß nicht, welcher Schlag Mensch es ist, aber ich fall da offensichtlich rein und du wohl auch, dass man eben schon so einen Hang zu diesem Minimalismus hat. Und ich meine, ich sehe dich auch jedes Mal in einem schwarzen Hoodie, glaube ich. Ich habe nur den. Und mich sieht man meistens in einem schwarzen Sweatshirt. Und einerseits ist der ja schon so eine, es kann ja leicht zu einem leichten Fetisch werden auch, wenn man ganz ehrlich ist, so alles total reduzieren und so. Aber ich glaube, gerade wenn man in so einem Job arbeitet wie Design, und ich meine, du setzt dich ja auf unterschiedliche Arten damit auseinander. Du lehrst, du bist selber aktiv als Grafikdesigner und du hast auch gerade erst noch ein Buch rausgebracht, wo diese Themen verbunden werden. Aber dann, wenn man all diese Möglichkeiten hat, die du halt im Design hast, dann glaube ich, wissen viele Leute es zu schätzen, sich selber wieder so Grenzen zu geben. Oder? Ja, mir geht es auf jeden Fall so bei der Gestaltung. Wobei Grenzen ist für mich immer Reduktion, das meinst du auch, oder? Ja, aber diese Reduktion ist ja, dass man eben sagt, okay, manche Sachen sind einfach außen vor. Ich meine, Massimo Vignelli hat bekanntermaßen gesagt, er benutzt nur fünf Schriften und das war es. Mehr braucht kein Mensch. Und diese Limitation zusammen mit einfach seiner Ästhetik hat er dann auch ein total starkes Bild geschaffen, das einfach immer wieder erkennbar ist. Machst du solche Sachen auch in deiner Praxis? Also ich versuche immer zu fokussieren und das ist Reduktion, weil ich glaube, dass so die Nachricht, die ich vermitteln will, am besten rüberkommt, am schnellsten wahrgenommen wird. Also ich habe auch schon mal ein Projekt gehabt, wo Buntheit und Verrücktheit und Fülle gefordert war. Aber ich glaube, das, was wir machen, Kommunikationsdesign, ist ja Senden, Empfangen. Und es wird schneller empfangen, wenn es, glaube ich, auf dem Punkt und einfach ist. Aber häufig muss man ja auch kämpfen gegen andere Dinge, die empfangen werden wollen. Das wäre zum Beispiel? Naja, wenn du an der Litfaßsäule hängst, dann hängt dann nicht nur dein Plakat, sondern es hängt 30 Plakate. Aber das ist ein weiteres Argument dafür, einfach zu sein. Also ich habe, als ich studierte an der HWK in Braunschweig, gab es einen Professor, von dem möchte ich behaupten, habe ich alles gelernt, ganz viel über Plakatgestaltung. Wer war das? Herr Grötzinger, Professor Grötzinger und ihm ging es nur um Reduktion. Und zwar optische, aber auch inhaltliche, also das, was kommuniziert wird, sei es textlich, sprachlich, aber auch von der Form. Inhaltlich, aber vor allem diese optische Reduktion, die prägte er und ich möchte fast sagen, die hat er uns ein bisschen eingehämmert und mich auch total überzeugt. Weil wenn man seine Plakate damals neben andere, sprich an einer Litfaßsäule hängte, du sagst immer seine. Auch wenn du das Thema vielleicht gar nicht so interessant fandst. Aber der erste Kontakt, der erste Augenblick, im wahrsten Sinne des Wortes, ging immer zu seinen Plakaten und am Ende, glaube ich, auch zu unseren Plakaten. Also es gibt ein paar Themen, über die ich mit dir sprechen wollte, aber das macht mich jetzt auch gerade so an, da muss ich jetzt anbeißen. Weil, also diese Reduktion, wie gesagt, es kann ja ein bisschen zum Fetisch werden. Ich glaube, als Designer hat man immer so, neigt man dazu, wenn man sich ja mit dem Thema so auseinandersetzt, dass man da halt sein Steckenpferd findet irgendwie und das dann halt auch ein bisschen zu Tode reitet. Oder denkt, das ist halt, das ist der eine wahre Weg. Aber Design ist ja schlimmerweise nicht für Designer und Designerinnen, sondern für das Publikum letzten Endes. Und da ist ja die Frage, meinst du die, dass es immer so funktioniert oder meinst du nicht, dass es heutzutage auch manchmal so sein kann, dass die Leute so geschult sind auf eben laut und bunt, dass das das Einzige ist, was sie anzieht? Und unsere hohe Kunst des Minimalismus überhaupt nicht mehr zu schätzen ist, so ungefähr? Ja, ich persönlich für mich würde unterscheiden, dass ich persönlich würde unterscheiden, dass es kein Minimalismus in den Details sein muss. Ich glaube nur, ich unterscheide gerne zwischen Fern- und Nahwirkung und ich glaube aus der Ferne und die Ferne ist auch ein Aufschlagen eines Magazines und das Erfassen einer einseitigen Anzeige. Das ist kurz mal die Ferne, sprich der Augenblick, ja, ich möchte hinschauen und dann kann es natürlich ganz detailreich sein. Oder im Plakat sehe ich aus der Ferne eine mich ansprechende Form bzw. eine signalhafte Form und dann gehe ich heran und auf einmal sind Muster drin enthalten, ganz viel Schriften, ganz viel Information vielleicht auch. Aber diese Unterscheidung in Fern- und Nahwirkung bzw. in Reduktion und dann vielleicht Detailreichtum, davon bin ich überzeugt, dass das am stärksten wirkt. Weil wenn ich nur etwas habe, was ich übertreibe, jetzt durcheinander ist, sprich tausende Elemente und da ist ein Text, der gerne Aufmerksamkeit erhaschen möchte und da unten ist auch einer und dann ist da noch dummerweise das Logo und noch zwei Personen. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, das zu kanalisieren, zu fokussieren, ohne Reichtum in der Formsprache zum Beispiel zu verlieren. Also für mich ist es nicht unbedingt ein Widerspruch. Nichtsdestotrotz muss ich erst mal ein Signal haben, auf das ich anspreche im Idealfall. Ein Köder. Ja. Und also wir gehen jetzt offensichtlich nicht der Reihe nach, aber du unterrichtest ja eben schon seit einer ganzen Weile und was ist dein Spezialgebiet quasi? Es gibt in unserer Klasse nicht aufgeteilte Spezialgebiete. Also wir bewegen uns in einer relativ großen Range. Aber mein Spezialgebiet selbst, wo ich auch die meiste Erfahrung habe, ist das Entwickeln von Erscheinungsbildern. Als ich studierte, hieß es Corporate Design, heute heißt es Branding, ich nenne es Erscheinungsbilder. Sehr gerne mache ich mit den Studierenden Logoentwicklung, weil ich glaube, das ist so ein Konzentrat, an dem man gut auch Grundlagen der Gestaltung lernen kann und viel Plakatgestaltung. Also da mache ich auch Kooperationen mit Universitäten in Japan und China. Und das ist immer sehr befruchtend, weil man andere Kulturkreise, andere Zugänge sieht. Aber um auf deine Frage weiter zu antworten, Plakat und Erscheinungsbilder, das ist das, was ich unterrichte. Aber ich war auch derjenige, der damals die Tapeten mit den Studierenden gestaltet hat. Also die Range ist erfreulich weit und wir können uns auch Themen selbst aussuchen, selbst setzen. Die stimmen wir ab innerhalb des Teams. Bringt Spaß, neue Sachen auszuprobieren. Aber ich habe nicht studiert, deswegen musste ich leider bei mir mit Adam und Eva anfangen. Aber habt ihr da einen Lehrplan, der von außen vorgegeben ist? Oder ist deine Aufgabe einfach nur, du wirst engagiert und sie sagen dir, so bringen wir Leuten jetzt Branding oder Corporate Identity oder wie auch immer. Also es ist natürlich in Fächer unterteilt, also Typografie ist ein Teil, dazu gehört auch die Buchgestaltung. Wir haben die digitalen Medien, das macht auch jemand. Also wir sind schon so unseren Spezialgebieten zugeordnet, weil der, diejenige da am meisten Erfahrung hat. Und im Lehrplan ist auch festgelegt, dass du auch bei der Fotografie mal hineinschauen musst, auch Marketing belegen musst. Früher gab es die Farblehre. Also du hast spezifische Themen, die vorgesehen sind, aber, oder sagen wir so, es sind bestimmte Bereiche, die vorgegeben sind, aber die Themen, die du in den Bereichen unterrichtest, beziehungsweise auf der anderen Seite lernst, die sind relativ frei. Ich stelle mir das auch total schwierig vor, weil, wenn ich, wenn ich Matheunterricht habe, ja, dann ist halt klar, ich muss einen Dreisatz lernen, meinetwegen, oder Statistik, oder was auch immer es jetzt gerade ist, ja. Aber bei Design, also A, ändert sich ja Methodik auch, dann die Werkzeuge ändern sich ständig. Und die Frage ist ja, was würdest du sagen, ist das Wichtigste, was man dabei eigentlich vermitteln kann? Weil ich nehme an, dass es wahrscheinlich eher was Abstraktes ist, also was Konkretes, oder? Und eigentlich musst du es jetzt parat haben, weil du hast quasi ein Buch darüber geschrieben. Das ist richtig. Trotzdem versuche ich immer wieder neue, nicht neue, sondern die richtigen Worte zu finden. Ich sehe das Studium und insbesondere das Designstudium, also in meinem Fall ist das Kommunikationsdesign, einmal als eigene Entwicklung. Ich glaube, der Gestalter, die Gestalterin, sprich die Studierenden, die müssen ihren eigenen Weg finden in der Gestaltung. Und ich bin eigentlich ein Begleiter. Also ich sehe mich übrigens auch nicht als Lehrender, der lehrt und sagt, so geht es oder so geht es. Solche Professoren hatte ich, von denen habe ich aber nicht so viel gelernt, sondern ich habe von denen gelernt, die mir vielleicht mal eine Grenze aufgezeigt haben oder mich haben auch einfach experimentieren und ausprobieren lassen. Und so sehe ich mich auch. Also ich bin ein Begleiter im eigenen Ausprobieren und Testen. Also in dem Sinne gibt es, natürlich gibt es bestimmte Regeln, die ich vermittle. Ich glaube, ein Signal ist ein Signal. Da kann man Übungen zu machen. Fernwirkung, Nahwirkung kann man Übungen zu machen. Also es gibt so ein paar Grundsätze, die kann ich vermitteln. Aber insgesamt sehe ich es als ein Sich-Selbst-Entwickeln, indem man mich als Lehrenden hat, aber vor allen Dingen auch seine ganzen Studierenden drumherum. Also es ist ja ein gemeinsames Lernen und ich werde mir auch immer unsicherer, ob das Unterrichten das richtige Wort ist oder ob man nicht gemeinsam lernt. Ganz genau bezeichnet. Aber ich meine, man muss fairerweise ja schon sagen, ich hoffe, dass auch wenn, also schön wäre natürlich, wenn du auch was lernst jedes Mal. Aber die Lernenden oder wie auch immer man es dann jetzt bezeichnen möchte, sind ja doch die, die mehr lernen sollten als du. Also ich meine, es ist ja doch eine Rollenverteilung da. Ja, und ich meine, die Studenten und Studentinnen machen dich natürlich zum Lehrer und umgekehrt ja auch. Ja, genau. Aber ich versuche das eigentlich möglichst aufzuweiten, zu nivellieren. Also im Grunde genommen, ich bestimme Dinge. Das ist halt so konstitutionell vorgesehen und ich glaube, das ist auch nichts Negatives. Das, was ich nur ausdrücken will, ist, ich gebe Anregungen, ich gebe auch meine Erfahrungen weiter und auch meine Ideale. Die stelle ich aber zur Diskussion. Das heißt, ich freue mich eigentlich über Widerspruch, wenn ein Gespräch, ein Austausch zustande kommt. Das ist das, was ich mache. Und dann arbeiten sie aber viel, also wir machen sehr viel Projektarbeit und das heißt, sie arbeiten. Und dann finden sie ihren eigenen Weg. Ich zeige natürlich auch manchmal vor, ich würde diesen Weg gehen. Ich bin aber der Überzeugung, dass mein Weg nicht immer der beste ist, weil der eben auch personenabhängig ist. Und damit kriegen die Studierenden eigentlich viel Freiheiten und müssen manchmal ihren Weg gehen, manchmal auch Fehler machen, die ich aufgrund meiner Erfahrung nicht machen würde. Aber ich glaube, die Erfahrung müssen sie auch machen, weil es ist was für anderes, ob ich erzähle von meiner Erfahrung oder du machst es selbst. Jeder muss selber einmal auf die Herdplatte fassen. Genau. Ganz banaler Satz, aber es ist so und lässt sich bis ins hohe Alter, glaube ich, übertragen. Ja, ich glaube, gerade bei Design ist es ja auch ein wahnsinniger Luxus zu studieren, weil, also ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ich kenne wahrscheinlich genauso viele Leute, die kreativ arbeiten, die nicht studiert haben, wie die studiert haben. Es ist ja einfach nicht mehr notwendig per se. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht viele, viele Vorteile mit sich bringt. Also vor allem, wenn man, bei mir hat es leider nie besonders gut funktioniert. Ich habe mich dem immer hart widersetzt, dass mir jemand was beibringt. Dafür lerne ich selber sehr gerne, aber es gibt ja, dafür gibt es ja unterschiedliche Typen. Manche sind natürlich sehr anders da. Und ich glaube, ich falle da wahrscheinlich auch ein bisschen aus dem Raster als der Leichte Assoziale. Aber deswegen ist es ja eigentlich ein Luxus und ich finde, so sollte man es eigentlich auch genauso sehen. Du musst es nicht machen, sondern du darfst studieren. Ja, das glaube ich auch. Deswegen darfst du dir auch deine Lehrer und Lehrerinnen aussuchen. Es ist ja fast ein bisschen wie, wenn du dir deinen Guru suchst oder deinen Sifu suchst oder was auch immer. Und ich fände es eigentlich schön, wenn das auch mehr das Verhältnis oder die Wertschätzung tatsächlich auch wäre von den Studierenden. Ja, also ich glaube, dass in unserer Klasse, und ich kann nur für unsere Klasse sprechen, weil andere kenne ich nicht so intensiv, Ich glaube schon, das hoffe ich, müsste man jetzt die Studierenden fragen, dass die Wertschätzung da ist. Und ich stimme mit dir total überein, dass, also im Grunde genommen ist es A, ein Luxus und es ist auch, also es ist eine ganz große Chance in so einem, ich nenne es nochmal geschützten Raum, aber geschützt nur im Sinne von, dass man sich einfach konzentriert irgendwo hinsetzt und nichts anderes macht als Gestaltung. So, das hast du wahrscheinlich autodidaktisch auch gemacht, aber du hast nicht so den Austausch gehabt. Und das ist, glaube ich, das Spannende, das, was im Raum des Unterrichtens passiert, dass es immer ein Austausch ist und ein Miteinander. Und das fördern wir auch oder versuche ich zu fördern mit, manchmal auch bei Kleingruppenarbeit, auch Einzelarbeit, dann aber wieder größere Gruppenarbeiten. Das ist ein ständiger, ständiges Zirkulieren und Verändern der Konstellation ist und dass du einfach gemeinsam Erfahrungen hast. Aber dieser geschützte Raum, du sagst, ich hatte den wahrscheinlich auch. Ich bin nicht sicher, dass ich ihn so sehr hatte, weil ich bin sehr früh eingestiegen, dass ich dann Sachen für Geld gemacht habe. Und damit ist der Schutzraum natürlich weg. Also im Gegenteil, man fliegt dann halt auf die Schnauze auf Kosten von Kunden, was vielleicht auch wieder ein Luxus ist. Aber ich habe schon immer viel Stress empfunden in der Arbeit mit Kunden. Das hat lange, lange gedauert. Ich habe 20 Jahre lang mit Kunden gearbeitet und ich habe das auch heute noch, wenn ich mit Partnern irgendwie spreche, dass ich, also was ich sagen will, ist, ich glaube, ich hätte durchaus profitiert davon, wenn ich mehr von diesem Schutzraum gehabt hätte. Und ich glaube, ich hätte mehr von dem Spielerischen erhalten können dann vielleicht. Aber es ist ja wahrscheinlich schon auch so eine Gratwanderung, dass das Spielerische zwar einerseits erhalten wird, aber gleichermaßen auch eine Ernsthaftigkeit dabei ist. Ja, also ich finde das Wort des Spielerischen extrem wichtig, weil das ist das, was da passiert. Da wird experimentiert, ausprobiert, beziehungsweise, das muss man auch sagen, manchmal muss man auch anleiten, überhaupt zu experimentieren, weil man natürlich, und nicht nur als junger Mensch, das kann man auch als älterer Mensch manchmal noch empfinden, glaube ich, weil man ja denkt, oh, jetzt will ich das beste Logo gestalten. Und ich glaube, davon muss man sich lösen und das muss man auch lernen. Einige können das, einige können es nicht so gut. Und das ist aber, glaube ich, auch eben in dieser geschützten Raum, nennen wir es mal weiterhin so, gut möglich. Das, dieses Lernen und, naja, jetzt habe ich den Faden verloren. Erzähl einfach weiter. Ich erzähle weiter, weil ich das super interessant finde, dass man, also lernt man das? Kann man das eigentlich schon? Vergisst man das nur? Also sind wir nicht als Kinder alle naiv neugierig, also naiv im positiven Sinne? Und ich glaube, dass das in der Schulzeit oft verloren geht. Auch wenn man einen Kunstleistungskurs hatte wie ich, geht das verloren. Und da wieder eine gewisse Lockerheit zu erreichen und das, was ich eben meinte, nicht mit Scheuklappen darzusetzen oder auch nicht zu konzentriert auf das Ziel hinzuarbeiten, sondern sich auch mal nach rechts und links umzudrehen. Also umzudrehen, richtig umzudrehen und Sachen auszuprobieren und Sachen auch passieren zu lassen, die man vielleicht nicht geplant hat. Und dann sind wir wieder bei deinem Begriff des Spielerischen. Das ist, glaube ich, an der Uni super möglich. Also das versuchen wir. Also man kann mir nicht vorwerfen, dass ich nicht systemkritisch wäre. Aber ich weiß nicht genau, wie sehr das unvermeidbar ist, von dieser Spielerischkeit, von diesem Spielerischen was zu verlieren. Ich glaube, dass es immer ein Problem ist, wenn du, sobald du in irgendeiner Form von Gesellschaft bist, weil dann einfach Erwartungen auf dich gelegt werden, zwangsläufig. Also ich meine, das ist jetzt nichts Böses. Da ist nicht irgendjemand der böse Staat, der das tut oder sonst was, oder das schlechte Lehrsystem dann irgendwie entwickelt. Sondern es ist halt einfach, sobald wir beide befreundet sind und irgendwas zusammen machen, hast du gewisse Erwartungen an mich und ich habe gewisse Erwartungen an dich. Und als Kind hast du das halt nicht. Als Kind bist du vogelfrei und jedes Mal, wenn du scheißt und baust, träumt jemand anderes das auch. Und deswegen, da kommen wir wieder zum Luxus, deswegen hast du da eben den Luxus, dass du völlig frei und spielerisch sein kannst. Aber zu einem gewissen Grad verliert man das ja und verliert es nicht nur, sondern lernt eben auch, dass das nicht die reale Welt ist. Also vielleicht hast du recht, vielleicht muss man sich so einen Schutzraum einfach selber im Kopf irgendwo immer bewahren, indem man wieder zurückkehren kann dann zum richtigen Zeitpunkt. Weil ich meine, also ich gebe mir sehr viel von diesem Schutzraum irgendwie. Aber dafür habe ich auch meine Ansprüche runtergesetzt. Also ich weiß auch, dass ich mit der Art, wie ich arbeite und lebe, werde ich kein Grafikbüro mit 40 Leuten haben oder sowas. Da habe ich mich sehr früh dagegen entschieden. Aber solche Sachen muss man ja schon machen. Und gerade in dem Studium, wie sehr meinst du, dass die, ich sage jetzt mal die Kids, dass die Kids das da schon vermittelt kriegen, dass da auch Entscheidungen zu treffen sind? Weil ich meine, du hast ja sehr viele Wege, die du einschlagen kannst letzten Endes. Entscheidungen treffen für die dann spätere Berufswahl oder Entscheidung innerhalb eines Projektes, dass ich auf den Auftraggeber, Auftraggeberin reagieren muss? Nee, für die spätere Berufswahl dann. Weil ich denke mir, mit dir stehen halt alle Türen offen zu dem Zeitpunkt. Aber man muss halt sich, man muss ja, man kann Wege ausprobieren, aber man muss ja halt einschlagen. Man kann immer noch wechseln natürlich. Aber umso weiter man den Weg gegangen ist, umso mehr Arbeit bedeutet das natürlich auch, den Weg wieder zu wechseln. Also zumindest bei uns haben Sie eine relativ große Freiheit, Dinge auszuprobieren. Und der, der typografisch interessiert ist, also sich mit Schrift auseinandersetzen will, der wird im Projekt Plakate halt sich mit Typografiestärke auseinandersetzen. Diejenige, die illustrativ ihre Zukunft sieht, spätere Berufswahl, was auch immer, die wird mehr illustrativ wahrscheinlich an die Themen herangehen. Und das ist auch zum Beispiel frei. Also es gibt auch Projekte, wo man möglichst viele Parameter und Rahmenbedingungen festlegt, weil man kann sich dann auf wenige Dinge konzentrieren. Aber wenn es ein groß angelegtes Thema ist oder eine groß angelegte Aufgabe, dann kannst du als Illustrator glücklich werden. Ich als Typograf und jemand anderes, der es gerne animiert, ist in dem Projekt auch herzlich willkommen. Also da gibt es in dem Sinne keine Vorgaben. Und ich glaube, dadurch merkst du selber, was dir gefällt. Also ich kann jetzt nur aus meiner Vergangenheit sprechen. Ich habe mein erstes Praktikum in einer Werbeagentur gemacht, damals noch ohne Computer. Wir mussten Reinzeichnungen schneiden beziehungsweise mit einem Tuschestift gerade Linien ziehen, damit die Anzeige dann zur Druckerei ging und irgendwann in der Zeitung erschien. Hast du da irgendeine Nostalgie zu oder bist du froh, dass die Zeiten vorbei sind? Ich fand das toll. Das war Präzision. Und das mochte ich irgendwie. Also es war viel händischer, also unmittelbarer. Gut, wir haben jetzt die Maus in der Hand, aber das waren unterschiedliche Fähigkeiten, mit denen du präzise Sachen machen musstest. Was ich aber erzählen wollte, das fand ich damals total faszinierend. Ich habe gedacht, oh, das ist ja toll. Eine Werbeagentur. Ich mache hier Werbung für Musikgeräte. Und jetzt bin ich wo ganz anders. Also jetzt bin ich sogar noch ganz wo anders, weil ich auch unterrichte. Aber auch das, was ich mache, ist ja nicht mehr die Anzeige, sondern im Idealfall ein ganzheitliches Erscheinungsbild. Und ich muss mich mit Bewegtbildern auseinandersetzen und mit Tönen, Sounds und Materialitäten. Das war ja damals ganz anders. Was ich sagen will, ich glaube, man wandelt sich extrem in der Zeit. Und die Interessen oder das, was man als toll empfindet, das ist natürlich nach dem Studium anderes. Und das ermöglichen wir, dass da jeder seinen oder ihren Weg findet. Und dieser Wandel ist ja nicht zwangsläufig. Manche Leute schaffen es ja tatsächlich auch, meine ganze Karriere tatsächlich sehr geradlinig, also ich sage jetzt mal, in einer Disziplin zu bleiben. Und andere Leute springen halt sehr viel. Bist du dann eher so der Springer? Jein. Ich habe während des Studiums festgestellt, dass ich gerne Erscheinungsbilder gestalte, weil das einfach eine relativ große Range aufmacht. Also du fängst bei der Namensfindung an, Logogestaltung, Visitenkarten heute vielleicht nicht mehr so sehr, Briefbögen. Und dann kamen irgendwann die digitalen Medien dazu. Dazwischen waren noch Broschüre, Teletext habe ich kennengelernt, so alt bin ich schon. Gab es im Teletext wirklich was zu gestalten? Da konnte man zumindest ein paar Pixel und Farben aussuchen. Du hast aber recht, es gab relativ wenig, aber es war aufregend, weil es auf einmal am Bildschirm war. Und deswegen mag ich Erscheinungsbilder oder ich nenne das gerne ganzheitliche Gestaltung. Gerne, weil es einfach eine große Vielfalt an Medien und an Ansprüchen stellt. Und da ist mir nie langweilig geworden. Und dann ist es auch egal, ob du für eine kleine Arztordination, also in Österreich sagen wir Ordination, Arztpraxis arbeitest, oder ob du für einen großen Konzern arbeitest. Also natürlich beim Konzern mehr Masse, aber die Herausforderung, vielleicht auch das Wartezimmer einer Ordination zu gestalten und auf einmal ins Dreidimensionale zu gehen, diese Abwechslung, die ist eben beim Thema Erscheinungsbild gegeben und deswegen mache ich das, glaube ich, gerne. Aber ich bin nicht jemand, der springt im Sinne von, oh, ich muss jetzt morgen Animation lernen und übermorgen, also das verspüre ich nicht. Aber kannst du das ehrlich sagen? Weil ich meine, du hast ja gerade selber gesagt, du hast dir dafür dann eine Disziplin gesucht, die eigentlich aus 50 Disziplinen besteht. Ja. Ja. Ich meine, der Teletext ist ja auch nichts anderes als Animationen lernen, letzten Endes. Das ist richtig. Vielleicht sollten wir kurz erklären, was Teletext ist. Weil ich glaube, die meisten Leute, die das hier hören, haben keine Ahnung. Okay. Also Teletext ist die Vorstufe des Internets gewesen, was aber nicht stimmt, weil die miteinander gar nichts zu tun haben. Es war das Bedürfnis, individuelle Nachrichten auf einem Bildschirm an Empfänger zu vermitteln. Und das waren ganz stark gepixelte Schriften. Sie waren auch nicht am Screen, sondern am Bildschirm. Auf dem Fernseher. Eigentlich im Fernseher, ja, genau. Und man konnte alles über Zahlen einsteuern, wie Seiten, wenn ich mich recht erinnere. Richtig. Da war dann immer irgendwie, hier ist das Fernsehbuch von heute auf 148. Genau, genau. Immer mit Zahlen kürzeln, also so wie man, mit Hashtags kann man es nicht richtig vergleichen. Nee, es waren schon Hyperlinks mehr oder weniger. Richtig, es war viel rudimentärer. Nur, dass man nicht draufklicken konnte, sondern du musstest es halt auf deiner Fernbedingung eingehen. Es ist faszinierend, ich habe völlig vergessen, dass es Teletext gab. Und ich habe den durchaus genutzt. Ich meine, ich bin jetzt auch in meinen 40ern. Also ich habe den durchaus kennengelernt. Aber das war, das bestand nicht lange irgendwie. Er hatte wirklich den Eindruck, oder? Ja. Es wurde sehr schnell abgelöst dann von, weil das kam wahrscheinlich in den 90ern auf, oder? Und wurde dann abgelöst durchs Internet eigentlich. Ziemlich, ziemlich zackig. Ja. Aber stimmt, man konnte sogar das Wetter nachschauen und sowas. Genau. Meine Güte, ich kriege Flashbacks gerade. Ich wusste sogar immer Zahlen auswendig dann eben, wo der Wetterbericht war. Wo man, genau. Ja, ja, ja. Genau, das war wie Telefonnummern vom Freund, die man da damals übrigens auch wählen musste. Ja, ja, genau. Und das Schockierende ist ja, ich kann heute nicht mal die Telefonnummer von meiner Freundin, mit der ich seit zehn Jahren zusammen bin. Weil einmal eingespeichert, vorbei. Richtig. Ich bin ganz froh. Ich bin kein Zahlenmensch. Also ich bin froh, dass mir das abgenommen wird. Aber wie bist du denn dann überhaupt dahin gekommen? Weil wir haben uns jetzt viel über das Unterrichten unterhalten. Aber du wurdest ja auch unterrichtet zu einem gewissen Zeitpunkt. Genau. Ich war begeistert in dieser kleinen Werbeagentur damals in Hamburg. War das ein Praktikum? Das war ein Praktikum. Also so bist du reingeschlittert. Ja, das habe ich eigentlich freiwillig als Schüler gemacht. Irgendwann im Sommer, drei Wochen waren das. Und ich fand das toll. Hab das ein bisschen verlängert. Hab da auch länger gearbeitet und wurde dann auch ein bisschen bezahlt. Also es passte alles sehr gut. Und wenn ich ganz ehrlich bin, für mich kam nichts anderes in Frage als außer Grafikdesign. Ich bin kein Zahlenmensch. Ich wollte nicht in eine Bank. Ich wollte, also für mich war es durch Einschränkung oder Beschränkung meiner selbst eigentlich klar, ich möchte was Gestaltendes machen. Und dann habe ich mich beworben in Hamburg. Das hat nicht geklappt. Hab mich nochmal beworben. Hab auch eingesehen, dass ich abgelehnt wurde, weil meine Mappe war nichts. Das waren Schularbeiten, die ich auf dem Gymnasium gemacht hatte. Du kommst aber auch aus Hamburg, richtig? Ich bin Hamburger, ja. Das heißt, du hast dich eigentlich beim Naheliegendsten beworben. Du hast dich beim Naheliegendsten beworben. Genau, in meinem Ort an der Armgardstraße ist eine Fachhochschule in Hamburg. Und die haben mich abgelehnt. Im Nachhinein berechtigterweise. War nicht gut. Und habe dann ein halbes Jahr ein bisschen Geld verdient und an der Mappe gearbeitet. Hab viel fotografiert. Und habe mich dann ein halbes Jahr versetzt an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig beworben. Eigentlich auch ein bisschen durch Zufall nicht zu weit weg. Und der nächste Termin. Und da hat es geklappt. Das war ein wahnsinniges Auswahlverfahren. Also habe ich auch Glück gehabt. Das hat geklappt. Und war dann begeisterter Student in Braunschweig. Ich nehme an, du willst kurz einen Lebenslauf führen. Du erzähl einfach wieder. Mich interessiert dein Studium tatsächlich auch. Ja, so. Und das Studium, das war auch schon breit aufgefächert. Und dadurch, dass es eine Hochschule war, also Universitäter Status, ist das sehr frei gewesen. Wir haben vier Semester Grundausbildung gehabt. Also da hast du richtig die Fächer gehabt. Und im Hauptstudium warst du aber total frei, als dass du einmal pro Semester dir ein Thema ausgesucht hast, zwei Professoren gesucht hast, vielleicht drei Mitstudierende. Also habe ich wirklich einmal gemacht. Da waren wir dann zu viert und haben ein Projekt gemacht. Und am Ende des Semesters musstest du was präsentieren. Und was du auf diesem Weg dahin gelernt hast, lag stark an dir. Und das fand ich, wenn ich das jetzt stark reduziere, war das Studium fachlich, besser zu werden und dazuzulernen. Aber vor allen Dingen Selbstmotivation. Also wie schafft man ein ganzes Semester an einem Thema, was man ja auch erst mal festlegen muss, dran zu bleiben. Das ist jetzt vergleichbar bei uns in der Klasse, ist das wie eine Diplomarbeit. Und das haben wir aber jedes Semester gehabt. Und das fand ich faszinierend. Und wenn du dann die richtigen Mentoren im Sinne von begleitende Professoren oder Professorinnen hattest, dann war das gut. Aber wir haben auch ein Projekt gehabt, ein Semester, da bist du am Anfang des Semesters zum Professor gegangen und hast es am Ende des Semesters präsentiert. Und dazwischen keine Interaktion? Vielleicht hat man, also gesehen hat man sich sowieso mal, aber kein fachlicher, intensiver Austausch. Aber das hat man nicht vermisst. Also ich habe das sehr genossen, mit den Mitstudierenden einfach, mit meinen Kommilitonen im Austausch zu sein. Und da haben wir uns, da haben wir uns die Köpfe heiß geredet, warum denn das Logo jetzt ein bisschen runder oder ein bisschen eckiger oder was auch immer werden musste. Und das ist, glaube ich, das Spannende am Studium, dieses auch mal ruhig aufeinandertreffen, sich miteinander über ein Thema auseinandersetzen. Da habe ich am meisten gelernt. Und wenn es nur, dass viele reden war. Das ist tatsächlich ein Aspekt, von dem ich bestimmt profitiert hätte, weil als ich dann mit Kunden in diese Situation geschmissen wurde, da fehlte mir dann eben diese Selbstsicherheit komplett erst mal, weil er jemand war, von dem ich dachte, dass ich für diese Person abliefern muss, was diese Person von mir erwartet und nicht, was für diese Person am besten wäre, was ja vor allem, glaube ich, ein großer Aspekt ist, den man erst mal lernen muss, dass man letzten Endes ja nicht engagiert wird, hoffentlich nicht engagiert wird, um Leuten das zu geben, was sie wollen, sondern das, was sie brauchen. Ja. Darf ich einen Schritt zurückgehen? Weil das würde ich gerne noch loswerden. Weil du sagst, dieser geschützte Raum und dann kommen Zwänge von außen, sei es ein Auftraggeber, was auch immer, vielleicht auch finanzielle Zwänge, weil ich muss mein Studio erhalten. Ich bin der Überzeugung, dass es ganz wichtig ist, im Ideenfindungsprozess an alle Begrenzungen durch Auftraggeber, durch wen auch immer, auch technische Begrenzungen, nicht zu bedenken. Also von da aus ist es für mich, du hattest vorhin gefragt oder du hattest es selbst ausgeführt, von da aus ist der geschützte Raum auch in der späteren Berufspraxis meiner Ansicht nach zu überführen und erhaltenswert, als dass du in einer Ideenfindung möglichst keine Grenzen empfindest und dann, wenn du bewertest und auswählst und auch vielleicht mit dem Kunden, mit der Kundin ins Gespräch kommst und dann noch eine Entwicklung machst und noch eine Weiterentwicklung, also dann gibt es Begrenzung. Aber mir ist extrem wichtig, dass man im Ideenfindungsprozess keine Grenzen kennt. Meinetwegen kannst du alles mit Blattgold machen, wird nie finanziert. Aber also das finde ich wichtig in Bezug auf geschützter Freiraum und den kann ich dann eben aus der Universität mit rausnehmen, auch in meinem eigenen Studio leben und dann natürlich irgendwann, ich weiß auch gar nicht, ob es Grenzen sind, wobei da muss man aufpassen, dass man es nicht so zu schön redet. Und im Idealfall ist es ja auch mit den Kunden und Kundinnen etwas Gemeinsames. Ja, aber da ist ja dann auch die Frage, da kann man dann auch auf die Schnauze fallen, wenn man die Ideen, von denen man weiß, dass die letzten Endes nicht funktionieren können, ich würde sagen, die sollte man den Kunden und Kundinnen ja auch eigentlich vorenthalten, weil am Ende, das sind nämlich dann immer die Sachen, wo man dann irgendjemandem was zeigt und die Leute sagen, oh meine Güte, das ist perfekt, wir wollen es exakt so haben und da musst du sagen, well, es geht nicht. Nee, das muss man sich vorher bewusst sein und auch vorher entscheiden, das glaube ich auch. Also das heißt, du meinst, in der Ideenfindung für sich selber sollte man absolute Narrenfreiheit haben und dann aber, sobald es nach außen geht, muss man dann eben auch vielleicht wieder die Verantwortung irgendwie übernehmen, dass man den Leuten auch das präsentiert, was man ihnen noch geben kann. Genau, genau. Das ist im Grunde genommen die Verantwortung deinem Kunden, deiner Kundin gegenüber und im großen Rahmen ist es ja sogar eine Verantwortung unserer Gesellschaft gegenüber, wenn wir so groß denken wollen. Das ist vielleicht nicht bei der Anzeige für den Bäcker von nebenan, aber selbst da muss ich aufpassen, was ich kommuniziere und sage. Also ich glaube, dass es insgesamt ein verantwortungsvolles Agieren ist, dass wir Designer im Idealfalle leben und auch vermitteln an andere, sprich an Auftraggeber und auch an die Rezipienten, die dann eben die Werbung sehen, auf die Website gehen. Das ist, also Verantwortung auf die Art ist auch ein Thema, über das ich immer wieder mal nachgedacht habe in meiner Arbeit, weil man muss sich ja schon auch irgendwann mal die Frage stellen, für was bin ich überhaupt bereit zu arbeiten? Und dann ist es ja irgendwie so ein einfaches Beispiel, viele von uns sind vielleicht nicht mehr bereit für Zigarettenfirmen zu arbeiten oder sowas. Oder wenn irgendjemand klar rassistisch wäre oder sowas, möchtest du natürlich auch nicht dafür arbeiten. Also man hat ja schon irgendwie seine Benchmarks, aber die zu schaffen ist ja auch so ein Prozess, der Jahre dauert. Man schafft sowas ja nicht, sondern man findet das ja eigentlich eher, seine eigenen Grundsätze. Aber wir sind völlig abgekommen. Du warst beim Studium. Entschuldigung, wenn ich, genau, also ich habe studiert, habe damals durch Zufall, also als Hamburger hatte ich Kontakte zum Hamburger Hafen und habe gedacht, oh, da könnte ich doch ein tolles Thema, ein toller, faszinierender Ort auch und da könnte ich doch versuchen, nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen und wurde einem Hafenrepräsentanten vorgestellt, der mich wiederum an einen Repräsentanten der Stadt Yokohama verwiesen hat, das ist ein Hafenpartner, der Yokohama ist japanische Hafenstadt und für den musste ich eine Broschüre gestalten und sollte auch Texte schreiben und ich habe dem Japaner damals gesagt, ich war nie in Japan, wie, ich mache es mir jetzt nicht an, Texte zu schreiben oder Bilder auszuwählen, das machen Sie doch bitte. Nein, nein, sagte er, der Blick von außen, der europäische Blick oder der Hamburger Blick wäre ihm sehr recht. Ich habe viel über Japan gelesen, viele Videos damals angeschaut und war fasziniert von dem Land und da kam auch so ein bisschen das, was wir eingangs sagten, wilde Gestaltung, chaotisch, laut und hohe Ästhetik und der war sehr zufrieden mit der Broschüre, ich war ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, ich fand es gut, was ich gemacht hatte, aber inhaltlich war ich mir nicht sicher, er fand es gut und damals veränderte sich bei mir etwas privat und ich habe gedacht, ich gehe ins Ausland und dann habe ich dem Herrn das erzählt und er meinte, ja, wenn immer Sie mal nach Japan wollen, dann sprechen Sie mich an, hatte ich damit und ein halbes Jahr später war ich in Japan und der hat mir zwei Praktika vermittelt, ich habe dann damals meine Diplomarbeit dort auch gemacht und war fasziniert von dem Land. Was war deine Diplomarbeit? What does love mean? Also was bedeutet Liebe? Also eine ganz freie fotografische Arbeit, wo ich das Konzept der Arbeit war herauszufinden, wie das Wort Liebe besetzt ist oder auch benutzt wird in unterschiedlichen Kulturkreisen. Mein erster Kulturkreis war Japan und der Plan war dann auch in Deutschland dieselben Fragen zu stellen. Also ich bin immer auf Leute zugegangen oder habe es damals nicht Internet, im Japan gab es einen Vorläufer, habe online Fragen gestellt und habe Antworten gesammelt. Also immer auf die Frage, was ist Liebe? Und die Antworten habe ich dann fotografisch interpretiert. Also ich habe das visuelle Reaktion genannt damals in meiner Diplomarbeit und habe am Ende eine Installation oder eigentlich eine Dia-Show gehabt, wo ich immer die original geschriebenen, handgeschriebenen oder auch ausgedruckten Antworten hatte und meine visuelle Reaktion. Und das Ziel war, dass ich den Betrachter, die Betrachterin dazu bringen wollte, über Liebe nachzudenken. Ein Thema, was einen auch jetzt noch, aber als Student vielleicht sogar noch mehr bewegt. Und das war super spannend. Also ich bin dann auf die Straße gegangen. Mein Japanisch war so gut, dass ich die Frage stellen konnte und mich vorstellen konnte, aber spätestens als sie das Thema hörten, schreckten viele Japaner zurück. Andere haben mich aber mitgenommen auf eine Geburtstagsparty. Auf einmal hatte ich 20 Antworten. Und das war meine Diplom-Arbeit, die ich in Japan gemacht habe und habe nebenbei noch zwei Praktika gemacht in kleinen Designbüros beziehungsweise bei einem Verlag und einem Designbüro und habe Japan kennengelernt. Und liefen diese Praktikas auf Englisch dann oder? In dem Verlag konnte eine Person Englisch und in dem kleinen Designbüro eigentlich niemand. Wie hast du so schnell Japanisch gelernt? Ja, ich weiß nicht, ob ich schnell gelernt habe und ich glaube auch im Nachhinein, dass es für die Japaner anstrengend war, mit mir zu sprechen. Aber ich war, für mich war es toll, eine Sprache zu lernen und dann eine so fremde, also kurz geantwortet, ich habe vorher einen dreiwöchigen Intensivkurs gemacht in Bochum am Japonikum und konnte dann eine Briefmarke bestellen und konnte Hallo sagen, konnte mich ein bisschen ausdrücken, konnte eigentlich relativ wenig, aber das war so intensiv, dieser Unterricht da, dass man eine Grundlage hatte, die du jetzt gar nicht so an der Oberfläche die ganze Zeit abrufen konntest, aber auf der ich gut aufbauen konnte. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe Homestay gemacht, habe bei japanischen Familien mitgelebt, die nur japanisch mit mir sprachen und dadurch ging es. Okay, aber das ist ja schon wild. Ich mag Sprachen gerne, ich würde nicht sagen, dass ich eine große Begabung dafür habe, aber gerade bei so Sprachen, die so komplett fremd sind, ist es ja, also ich würde sagen, wenn man es wirklich darauf anlegt und kein Französisch spricht, kann man ziemlich schnell sehr große Erfolge erzielen, weil die Sprache halt doch sehr nah dran ist, von der Struktur her und allem. Aber japanisch, ich weiß nicht, ist japanisch auch tonal? Tonal sind sie nah dran, sie haben jetzt kein TH, also sie haben keine von fremden Laute. dass sie unterschiedliche Höhen und Tiefen haben, weil chinesisch halt ist zumindest ein Vorteil dann. Genau. Aber ich meine, komplett andere Schriftzeichen, die Sprache ist ja auch komplett anders, was ja auch, was ich immer spannend finde, ist, wie Sprache auch Stimmen formt. Wenn man sich Spanier und Spanierinnen anhört, die haben ja einfach immer viel rassere Stimmen, weil die Sprache ihre Stimmenbänder kaputt macht, tatsächlich. Gibt es Studien drüber. Und Japaner haben ja auch einfach eine andere Tonlage in den meisten Fällen schon. Ah gut, jetzt komme ich vollkommen ab. Also du warst in Japan und hast dein Praktikum da gemacht. Ja. Und dann ging es wieder zurück nach Hamburg. Dann ging es zurück nach Braunschweig, Abschluss des Studiums, also mit Präsentationen der Arbeit, die ich da erstellt hatte. Und dann wollte ich gerne mein Englisch verbessern. Bin nach London gegangen, zu Henri Nuttner und Schmidt, die es leider als Büro so nicht mehr gibt. Corporate Identity Consultancy. Habe da gearbeitet und war aber so fasziniert von Japan, dass ich da nochmal hin wollte und habe mich dann für ein postgradiertes Stipendium beworben beim Deutschen Akademischen Austauschdienst und kann mich noch sehr gut an den Moment erinnern, als ich einen Anruf bekam in London. Damals ja auch alles noch ein bisschen komplizierter mit einem normalen Festnetztelefon. Ingmar, hier ist ein Anruf, dass ich nach Bonn müsse, um mich dort vorzustellen für dieses postgradiertes Stipendium. Und das hat geklappt, erfreulicherweise. Ich war der erste Gestalter, der dieses Stipendium bekam. Sonst waren es immer Chemiker, Kaufleute, Ingenieure. Und das war ein zweijähriges postgradiertes Stipendium. Ich sage das immer so ganz genau, wo du ein Jahr lang zur Sprachschule gingst und ein Jahr lang dir selbst eine Firma gesucht hast oder ein Unternehmen, wo du mitgearbeitet hast. Und da ist mein Japanisch natürlich wesentlich schneller, besser geworden. Wobei ich jetzt, das ist über 20 Jahre her, ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals so ganz flüssig war, aber ich konnte alles ausdrücken. Ich konnte mich nie über Essen unterhalten. Das war nicht meine Thematik. Politik, Vokabeln lagen mir auch nicht. Aber ich konnte, glaube ich, auch gestalterisch, was ja dann auch sprachlich ein bisschen freier vielleicht zu formulieren ist, glaube ich, dass ich mich da ganz gut ausdrücken konnte. Wir überspringen jetzt mal eine ganze Menge Sachen. Du hast ja noch ein Fotobuch noch in Japan gemacht über Räume, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne und eine Menge Sachen. Aber da werden wir, glaube ich, heute nicht zu allem kommen. Aber du bist dann ja auch wieder zurückgegangen und am Ende eben auch im Ausland gelandet, aber in Österreich. Richtig. Stadt in Japan. Was hat dich nach Wien verschlagen dann am Ende? Das war privat. Also eine Österreicherin, die mir vorher gefolgt war in den Stationen, die ich gerade aufgezählt habe. Und dann war ich dran, ihr zu folgen. Sie kam mit nach Japan auch? Nein, aber sie studierte damals und hatte durch Semesterferien relativ viel Zeit und Freizeit, dann auch mal länger in Japan zu sein. Und das sollte aber nicht sein. Also ich kam, ich bin dann ihr, also sie ist mir erst gefolgt, ich bin ihr dann gefolgt, sprich nach Österreich, nach Wien. Das sollte aber nicht sein zwischen uns nach einem Jahr und wir haben uns getrennt und dann war für mich die Frage so, jetzt nochmal nach Japan, wollte ich irgendwie nicht. Anderssprachiges Ausland, war ich, ich fühlte mich gerade ganz wohl in Wien. Wie alt warst du denn zu dem Zeitpunkt? Gute Frage. Eigentlich müsste ich da 28 gewesen sein. 28, okay. Weil es ist ja schon auch, bei solchen Entscheidungen ist es ja schon ein Faktor irgendwie. Also man wird da weniger entscheidungsfreudig, würde ich sagen, umso älter man wird. Ja, vielleicht wird man ein bisschen gemütlicher. Stimmt auch. Stimmt auch, glaube ich. Also kann man gar nicht, also zumindest ich kann da nicht widersprechen. Ich weiß nicht, ob es gemütlich ist, aber Lebenssituationen ändern sich. Auf jeden Fall hatte ich dann auch noch für mich selbst die Frage gestellt, gehe ich nach Hamburg zurück? Dann wusste ich aber, dann würde ich nie wieder weggehen. Irgendwie war das in meinem Kopf drin. Und die Selbstständigkeit begann gerade ganz gut in Wien und ich war, vielleicht bin ich gerade gemütlich geworden. Und dann bin ich in Wien geblieben und das war im Nachhinein auch total die richtige Entscheidung. Und ich habe, also du hast mir netterweise von deinem Buch in Wien schon damals eins mitgegeben, Teaching Graphic Design, was, also ich meine, ich kann mir natürlich vorstellen, was die Motivation war, nachdem du dann selber zehn Jahre schon unterrichtet hattest, macht man sich ja doch auch im Idealfall Gedanken über das, was man da tut. Aber du hast ja dann eben auch von anderen Leuten hören wollen, was sie denken, was Lehre ist und wie sie es angehen und all solche Sachen. Und du hast dich da ja auch aus einem internationalen Kosmos wieder bedient, natürlich auch Japan. Aber eben auch aus dem englischsprachigen Raum, deutschsprachigen Raum, auch ein paar Leute, die ich auch kenne, Stefan Sargmeister, das hast du vorhin schon angesprochen, Erik Spiegermann, waren halt auch unter anderem mit dabei. Aber was war denn wirklich so der Tritt in den Arsch, der ich dazu gebracht habe, das tatsächlich zu machen? Weil es ist ja schon ein Projekt auch, einfach das Leben, Lehre und Arbeit. Es ist ein sehr intensives Projekt. Vielleicht noch ganz kurz, die Motivation war wirklich, selber besser zu werden. Also, dass man sich selber hinterfragt, ist das richtig? Ist das für die Studierenden gut, was ich da mache? Die Fragen stellt man sich selber, die stellt man sich im Kollegenkreis. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, jetzt, da kommt man weiter, lernt auch dazu. Aber eigentlich sollte ich die Frage nicht mir oder meinen unmittelbaren Kollegen nur stellen, sondern, und Kolleginnen, sondern einen größeren Kreis und so kamen dann die Interviews zustande. Und der Tritt in den Arsch, der kam, den habe ich zwei Personen zu verdanken. Das ist Jan Svenungsson, der unterrichtet auch an der Angewandten, ist Professor in der Druckgrafik. Und der hat schon viele Bücher geschrieben und mit dem treffe ich mich manchmal und der hat gesagt, ach, Bücher schreiben ist nicht so schlimm, das ist nicht so schwierig, man muss immer nur weglassen. Also, man breitet ja alles aus, auch gedanklich, und dann lässt man Sachen weg. Das klang irgendwie ganz leicht. Und der zweiten Person, der ich sehr dankbar bin, ist Fritz Frenkler, den habe ich auch interviewt. Industriedesigner oder Industrial Designer nennt er sich. und mit dem telefonierte ich und habe ihm damals über das Buchprojekt erzählt und er meinte, Ingmar, einfach machen, leg los, nicht lange nachdenken, du musst starten. Und das war wirklich so, nicht ein grober Tritt in den Popo, aber das war, da habe ich gedacht, ja, stimmt eigentlich. Weil natürlich denkt man überall nach, schreibe ich das Buch, schreibe ich es nicht, wie schreibe ich es, muss ich mir einen Verlag suchen, muss ich das und dies machen und habe ich den Anspruch, kann ich meinen eigenen Anspruch erfüllen, aber anstatt so viel drüber nachzudenken, muss man ins Machen kommen. Das ist überhaupt seine These auch. Ja, aber du hattest ja, du hattest ja Übungen eigentlich schon in solchen Projekten. Ich meine, du hast da eigentlich schlimmere Sachen davor gemacht, muss man sagen, weil in deinen 20ern random Japaner auf der Straße zu fragen, was Liebe für sie bedeutet, da ist ja wahrscheinlich eine höhere Hemmschwelle da, als dann, wenn man Leute interviewt, wo der thematische Bezug natürlich auch da ist. Ja, also das war in dem Sinne einfacher, aber es war nicht weniger intensiv. Ja, aber du hast ja eben selber eine harte Schule auferlegt davor schon. Ja, weiß ich nicht, also ich würde die harte Schule auch als viel Spaß bezeichnen. Ja, das stimmt, aber da kommen wir auch wieder zu dem Selben, was wir vorhin schon gesagt haben, dass man eben, dass diese Prägung am Anfang und in so einem, in so einem gesicherten Raum ist halt, macht glaube ich viel aus für das, was man später dann tatsächlich tut. Ja, es ist schon, finde ich, man kann sich schon fragen, ob du das zum Beispiel gemacht hättest, wenn du nicht schon so Interviewprojekte im Prinzip gemacht hättest, weil es ist ja schon auch eine Überwindung dabei und ja, vielleicht ist Überwindung das Größte, vielleicht ist es gar nicht so können, vielleicht ist es mehr so dieses eben einfach, einfach machen, dass man es tatsächlich macht. Ja, man muss ins Machen kommen und ich glaube, dass das, also dieser geschützte Raum dient ja auch dazu, aber den auch zu verlassen und so sich selber immer rauszufordern. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil des Studiums und für mich, das, was du gerade gesagt hast, ist für mich total interessant, weil damals in Japan wollte ich Leute kennenlernen. Also das, was man jetzt gemütlich ist, war man damals total kontaktfreudig, wollte neue Erfahrungen machen, wollte sich austauschen und das hat bei mir sicherlich über die Jahre abgenommen und durch das Buchprojekt habe ich wieder gespürt, wie toll das ist, auf fremde Leute zuzugehen und von fremden Leuten was zu erfahren, im Grunde genommen nur das, was du mit deinem Podcast, mit deinen Interviews machst. Also mit dem Buchprojekt ist so ein kleines neues Flämmchen entstanden, ich will es nicht Feuer nennen, auf Menschen zuzugehen und ich möchte das auch gerne noch weiterführen, also das, was jetzt in der Buchform erstmal festgehalten ist, das würde ich gerne so mit ein, zwei Interviews im Jahr fortführen, dass ich Personen nach wie vor ähnliche Fragen oder zum Thema passende Fragen stelle. Also dieses Flämmchen ist jetzt wieder da, was ein bisschen, ich glaube, das war immer da, aber was halt mini, mini, mini klein geworden war. Aber du hast ja offensichtlich Spaß daran, generell an dem Austausch, weil ich meine auch, das Unterrichten ist ja auch zwar in einer anderen Manifestationen, aber eigentlich was Ähnliches, es ist halt Austausch, es ist, und ich meine, bei dem Buchprojekt bist du vielleicht mehr der, der die Fragen stellt und mehr nach Antworten sucht und beim Unterricht bist du eher der, der, ich will nicht sagen, die Antworten gibt, aber zumindest auf die Antworten vielleicht hindeuten kann, aber es geht ja irgendwie ums Selbe. Ja, es geht ums Selbe, wobei, das ist auch ein Teil des Buches, also ich glaube, dass das Zuhören ganz wichtig ist und auch wenn ich jetzt ganz viel spreche durch die Interviewsituation bedingt, versuche ich im Unterricht schon sehr viel durch Fragen und manchmal auch ohne Fragen zuzuhören, weil das, was der, die gegenüber lernt, passiert in deren Kopf, nicht in meinem Kopf und da ist, glaube ich, das Zuhören zu wenig bewusst eingesetzt oft und das versuche ich auch im Buch zu beschreiben und von da aus auf deine Frage oder Vermutung antwortend bin ich nicht so sehr derjenige, der ganz lange Monologe hält. hoffe ich, müssen wir jetzt die Studierenden auch fragen. Aber ich bin mir ganz bewusst oder ich bin mir ganz sicher, dass ich bewusst dieses Zuhören einsetze, damit der, die gegenüber auf eigene Ideen kommt, beziehungsweise es muss gar nicht immer um die Idee gehen, sondern es kann auch, wir hatten vorhin das Wort Verantwortung, also wie gehe ich mit meiner Gestaltung um, wo sind Grenzen und das klappt, finde ich gut, indem man Fragen stellt, zuhört und auch vor allen Dingen zuhört, was sie sich gegenseitig fragen und antworten. Also ich habe oft Besprechungssituationen, dann sind es drei Studierende und ich und ich frage vielleicht eine initiale Frage neugierig und dann versuche ich aber, dass sie sich gegenseitig fragen und befragen und ausfragen. Ich finde es total schön, dass immer wieder dieselben Worte aufkommen, nur in unterschiedlichen Formen, weil es geht auch wieder um Raum, Raum geben, Raum schaffen letzten Endes und weil zuhören ist halt Raum geben am Ende. ja. Was würdest du denn sagen ist oder sind die Sachen, die für dich am prägnantesten waren, die du gelernt hast, während du dieses Buch gemacht hast? Einmal ganz beruhigend, ich mache nicht alles falsch. Also für mich war es Aber lass mich dazu noch eins sagen. Ich glaube, bei aller Vermessenheit, zu der wir als Menschen neigen. Immer, wenn man selber das Bedürfnis hat, etwas zu erkunden und andere Leute zu fragen, um besser zu werden, kann man davon ausgehen, dass man wahrscheinlich schon deutlich besser ist als der Durchschnitt. Weil das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen dafür, dass diese Wissbegierde A da ist und B auch eine gewisse Form von Bescheidenheit oder auf dem Boden bleiben vielleicht, die absolut essenzielle ist. Das glaube ich auch. Also ob das direkt auf mich zutrifft, das sage ich nicht, das weiß ich nicht, aber... Dann sage ich das. Danke. Also ernsthaft, ich glaube, ich glaube, dass dieser selbstkritische Blick extrem wichtig ist. Also das ist meine Überzeugung, wie soll ich sonst dazulernen? und der selbstkritische Blick war oder die selbstkritische Einschätzung, die war sicherlich Motivation dieses Buches. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Was du gelernt hast dabei, außer, dass du nicht alles falsch machst. Danke. Ich habe gelernt, ich habe für mich klar erkannt, dass dieses Zuhören, dass ich das noch viel mehr einsetzen möchte. Ich glaube, das setze ich schon ein und ich möchte jetzt aber noch mehr einsetzen. Und ich habe für mich auch gelernt, dass es nur im Miteinander funktionieren kann. Das weiß ich seit Beginn des Unterrichtens. aber wenn man sich, und das tue ich im Buch, wenn man es auseinandernimmt in die Handlungsmöglichkeiten, die man so als Lehrer im Miteinander hat, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass man bewusster unterrichtet. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber in dem Augenblick, wo du dich mit deiner eigenen Lehre auseinandersetzt, wird es einfach alles bewusster. Das, was man viel intuitiv macht und so ist es ja in den meisten Designstudiengängen auch, es hat ja keiner eine didaktische Ausbildung, ich auch nicht, sondern man hat viel Erfahrung, hat vielleicht Preise gewonnen, hat keine Preise gewonnen, hat andere Erfahrungen und man kommt irgendwie in den Unterricht hinein. So ist es bei mir auch gewesen und man bringt hoffentlich eine gewisse Faszination und Freude an dem Ganzen mit. So ist es auch bei mir gewesen. Aber wir haben ja keine didaktische Ausbildung und deswegen macht man viel intuitiv und das Buch, lange Antwort war das, das Buch hat mir eigentlich gezeigt, dass man bewusster vorgehen kann und schaut, was passiert, wenn ich mehr zuhöre, was passiert, wenn ich mehr spreche, was passiert, wenn ich mehr machen lasse, also wenn die Studierenden einfach mehr ins Machen kommen, das hat das Buch gebracht. Aber ausprobieren heißt ja auch, dass man manchmal Dinge machen muss, von denen man vorher denkt, dass sie vielleicht nicht das Beste sind, weil man nochmal sehen möchte, ob es vielleicht wirklich nicht funktioniert. Hast du Angst vor solchen Momenten, wo du schon ne, ich bilde mir ein, man redet sicher manche Dinge auch schön, aber ich bilde mir ein, dass ich das nicht habe. Also ich glaube, gerade wenn es jetzt im Ideenprozess, so im Empfindungsprozess ist, dann, also ich schalte Wertungen komplett aus, bilde ich mir ein, dass ich das kann. Und wenn du dann skizzierst, was auch immer, oder auch ein Brainstorming machst mit jemandem, dann muss alles ausgeschaltet werden, sondern das ist im Idealfall ein Fluss an freien Gedanken, die kein Gut, Schlecht oben, unten kennen. Das ist keine neue Erkenntnis, aber das muss man trainieren. Das klappt nicht von Anfang an. Ich meine auch die Sachen, die du ausprobierst in der Art, wie du unterrichtest. Ah, richtig, da mache ich auch Fehler, klar. Aber machst du manchmal auch bewusst Fehler, also dass du sagst, okay, ich glaube, das funktioniert nicht, aber ich muss nochmal sicher gehen? Ich würde sagen, einen Fehler mache ich im Idealfall nur einmal. Betonung auf Idealfall. Aber das, nee, könnte ich jetzt so nicht erinnern. Also wenn was schief gelaufen ist, sei es, ich habe mal zu viel gesprochen oder man hat auch zu wenig Zeit gegeben, welcher Fehler auch immer, dann versucht man den eigentlich zu umschiffen, sprich nicht nochmal zu machen. Ich habe noch eine Frage und die ist vielleicht ein bisschen fies, aber von Interviewer zu Interviewer quasi. Ich möchte nicht werten, dass Gespräche unterschiedlich gut oder schlecht sind, darum geht es überhaupt nicht. Ich finde, aus jedem Gespräch kann ich wahnsinnig viel ziehen, aber es gibt manche, die mich einfach persönlich mehr ansprechen als andere. Du musst mir nicht die Top Ten sagen oder die Top Drei, aber kannst du mir die eine Person sagen, die dich einfach persönlich am meisten beeinflusst hat oder beeindruckt hat? In meinem Leben? Nee, aus diesen Interviews, die in dem Buch sind. Ja, also da muss ich wirklich vorweg sagen, also alle, die ich interviewt habe, sind für mich faszinierende Persönlichkeiten. Wobei ich sogar für mich selber so weit gehe, also alle Menschen haben etwas Faszinierendes. Das würde ich auch sagen. Und auch da kommen wir hinzu, nur wenn man, also wenn man nur bereit ist zuzuhören, ja, dann ist jeder faszinierend. Richtig. Vielleicht nicht für Wochen, aber für eine Stunde oder so auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, man, man kann immer was dazulernen. Das Wort benutze ich oft, glaube ich. Und das passiert durchs Zuhören, egal bei welcher Person und auch egal aus welchem Kulturkreis, aus welcher Sozialisierung. So, wenn ich aber drei Sachen benennen soll, die mir hängen geblieben sind und ich würde das jetzt nicht festmachen, oh, das war die faszinierendste Person. Also das wirklich nicht. Auch nicht, weil ich jetzt künstlich neutral sein möchte, sondern also jeder hat, jede hat etwas gesagt, wo ich dachte, oh, dazugelernt. Genau, was du gerade gesagt hast. Ganz, ganz faszinierend finde ich den Ansatz von Mathilde Schulz und Michael Hohl. Die unterrichten beide in Dessau, habe ich auch beide getrennt interviewt und die haben ein Lehrformat gefunden, wo sie alles in die Verantwortung der Studierenden übertragen. Und zwar sind sie wirklich nur noch Beobachter, vielleicht Sparringspartner manchmal mehr Beobachter, wo sie die Studierenden festlegen lassen, was machen wir, wie machen wir es, wie ist der Prozess. Es gibt einen Schriftführer, es gibt immer eine Zeitführer, Führerin, die aufpasst, dass Zeiten eingehalten werden. Und das Tolle, das ist ein Detail in ihrem Ansatz, aber das Tolle ist, sie lassen sich immer am Ende zehn Minuten Zeit, vielleicht sogar auch nur fünf Minuten manchmal, wo sie Feedback sofort einholen. Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Was können wir besser machen? Was kannst du besser machen? Und das ist faszinierend, weil das kenne ich nicht. Ich mache das jetzt mittlerweile auch, aber nicht immer. Und das Tolle daran ist, dass das, was man verbessern kann, sofort in die nächste Unterrichtseinheit übertragen wird. Weil normalerweise machst du so Evaluation, sprich die Abfrage war alles gut, was können wir besser machen am Ende des Semesters? Und dann hat aber der Jahrgang, den du hattest, gar nichts mehr davon. Und die werden sozusagen von Unterrichtseinheit zu Unterrichtseinheit besser. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und dann ist ein japanischer Professor, der Informationsdesign unterrichtet, der seine Studierenden, bevor sie bei ihm anfangen, unterschreiben lässt, dass die Ideen alle frei sind. Also, er ist der Überzeugung, dass Ideen aufgenommen und weiterentwickelt werden dürfen. Also natürlich nicht Copy-Paste. Du hast jetzt ein Logo entwickelt, ich nehme genau dasselbe, das ist nicht erlaubt. Das ist aber überhaupt kein, das sind hier meine Ideen, gibt, sondern wir sind eine große Gemeinschaft innerhalb der Klasse und Ideen dürfen aufgenommen werden und weiterentwickelt werden. Das finde ich faszinierend, weil das ist in der, und ich mache es jetzt mal schubladenhaft, in der westlichen Welt eher erst mal so. Ganz extrem würde ich sagen. Wir kommen manchmal in der Klasse zu Diskussionen, oh, die Idee hatte aber ich. Stimmt ja auch. Aber gerade in diesem geschützten Raum, und ich glaube, der geschützte Raum kann auch eine Agentur oder ein Designbüro sein, sollte es das nicht geben. Und ich finde es cool, dass er das vorher unterschreiben lässt und dann sich alle dran halten müssen. Aber meinst du, es hindert die Studenten, die Studentinnen dann daran, trotzdem zu sagen, schön und gut, aber es war meine Idee? Ist ja legitim. Ja, ist es auch. Als Mensch kommt man da, glaube ich, nicht drum rum, dass man halt Wertschätzung möchte für die Dinge. Aber ich stimme dir zu, ich denke, Copyright Law, wie es heutzutage in Deutschland oder in Amerika oder England ist, ist eine absolute Katastrophe. Und also A, weil es wahre Kreativität wahnsinnig einschränkt und teilweise verhindert oder wahnsinnig schwierig macht und jeweils auch einfach die falschen Initiativen setzt, die Incentives setzt. Dass es halt darum geht, solche Sachen primär zu vermarkten, anstatt dass es einen Zweck erfüllt, den es eigentlich erfüllen soll. Ja, also um deine Frage noch zu kompletieren, das war Takeshi Sunaga, von dem ich gerade gesprochen habe, der unterrichtet an der GEDAI, an der Universität für Kunst in Tokio. Und die dritte Person, die würde ich nämlich auch gerne noch nennen, die habe ich eben schon vorher einmal genannt, Fritz Frenkler, der Industrial Design an der TU München unterrichtet hat. Und der hat für mich den sehr prägnanten Satz gesagt, er möchte eigentlich seine Studierenden dazu befähigen, Produkte zu verhindern. Also genau das Gegenteil. Das meint er in der Art, dass man für Unternehmen forschen sollte, ob das Produkt überhaupt zum Erfolg führen kann, beziehungsweise geführt werden kann. Und das finde ich einen super spannenden Ansatz, weil der gilt auch für Design. Muss ich jede Micro-Website umsetzen? Sollte ich mich nicht vorher zusammensetzen mit den Kundinnen, um herauszufinden, ob das überhaupt seine Berechtigung hat, die Energie, die da reinfließt. Also Fritz würde gerne bezahlt werden dafür, dass er Produkte verhindert und dass die Unternehmen nicht noch mehr Geld ausgeben für Produktentwicklung. Und das finde ich auch einen interessanten Ansatz für unser Metier. Und ich bin jetzt mal im Metier des Grafikdesigns oder der Kommunikationsdesign verhaftet. Ist alles nötig? Und sollten wir nicht immer einen Schritt zurückgehen und uns fragen, will ich das? Bringt das dem Unternehmen was? Und bringt das auch den Zielgruppen was? Bringt das aus den Menschen was, für die wir es machen am Ende? Das war tatsächlich auch einer, der bei mir am meisten hängen geblieben ist. Ah, okay. Weil wir neigen ja als Gesellschaft immer mehr dazu, zu diesem mehr, mehr, mehr und mehr ist besser. Das gibt es nicht mehr. Das funktioniert halt nicht. Also vor allem kommen wir auch wirklich an eine Grenze auf alle möglichen Arten jetzt mittlerweile, wo wir halt sehen, dass das nicht funktioniert. Und vielleicht kommen wir da, schließt sich da der Kreis, wenn wir zu diesem, zumindest unserem romantischen japanischen Ansatz und dem Minimalismus, dass man vielleicht die Schönheit dann auch darin suchen kann, anstatt in dem Meer. Und da ist auch die Schönheit in der Patina, auch im Zerfall. Ja. Das ist faszinierend. Ich würde sagen, damit zerfällt dieses Gespräch. Dankeschön. Das ist faszinierend. Untertitelung des ZDF, 2020